Gehen wir zu den Telefon, komm mal mit. Okay. Du gehst jetzt da ran und ich geh mal wo auch ein anderes. So und jetzt haben wir uns gegenseitig. Ah so ist das, auch cool. Und da kannst du halt, kann man halt gegenseitig überall miteinander telefonieren. Warte mal, ich muss grad ein Pokémon fangen. Ja ja, hab ich auch grad. Also die sind überall verteilt. Das ist ein Telefon, das ist auch lustig, ja. Oh Gott sei Dank. Du musst mal ans Telefon gehen, da kannst du was lustiges machen, ja. Geh mal hier ran. Kann man da 5-5-5-Nase anrufen? Ja, wenn er dran ist, ja. So und jetzt hört man sich gegenseitig, wenn du da einsprichst. Hallo! Hallo! Zahn! Was ist das denn? Ein Telefon. Ich will telefonieren. Hört man da alle oder nur den, der auf der anderen Leitung ist? Na nur, wer am Telefon ist. Hallo, ist wer am Telefon? Warte, ich hol jemanden. Ich hol jemanden zum Telefon. Okay. Ich bin grad im Park, am Hokitoki. Schöner, komm mal mit. Kein Anschlüssel unter dieser Nummer. was ist das denn so? Was? Hallo! Hallo? Hallo? 555-Nase? Ja, ich hab gerade auch mit jemandem telefoniert.